Gesund, authentisch und glücklich leben. Ich begrüße Sie bei Yin-Yang Yoga. Machen Sie sich auf die Reise zu sich selbst. Erfahren Sie durch Yoga mehr Leichtigkeit und innere Gelassenheit. Ich begleite Sie auf dem Weg zu vollkommener Harmonie von Körper, Geist und Seele. Als ausgebildete Yoga-Lehrerin biete ich unterschiedliche Yoga-Kurse an. In gemütlichem Raum und angenehmer Atmosphäre finden Sie Entspannung. Die abwechslungsreichen Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Besuchen Sie gerne eine Schnupperstunde. Kommen Sie vorbei und probieren Sie es aus. Meine Kurse gebe ich im Yoga-Raum der Physiotherapie Praxis Wölz.